Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aria in the Blind Forest und dem Beagle. Wie immer konnte ich nicht vor der Aufnahme trinken, das mache ich ja so in der Aufnahme mit euch. Wir haben hier eine miese Stelle. Die ist nicht schwer, die ist einfach nur wirklich mies, weil man hier ziemlich böse mit Leben blecht, wenn man auch nur einsatzweise hier Stacheln berührt. Brauche ich gar nicht weiter versuchen. So, einmal raus und du hast zweimal was berührt vor dem zweiten Stein und du musst den Weg ja auch wieder zurück. Schon vorbei, was du nicht mehr machen. Ach komm, ist okay, Uri. Und ich habe ja fast alles bis auf drei Lebensbacken. Habe ich ja, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Leben. Oh. Oder soll ich mal versuchen, erst an das zweite dran zu kommen? Das wäre auch eine Überlegung. Wisst ihr, was das mache ich jetzt, glaube ich? Oh, komm, aber nicht so. Ne, sorry, aber nicht so. Nicht, wenn ich schon nicht durch diesen Gang hier durchkomme. Dann nicht. Dann mache ich das nicht. Hach, leck mich doch am Arsch. Hach, leck mich am Arsch. Aber es ist richtig frei. Es ist genauso scheiße, also. Ach, komm, Mann! Okay. Nein! 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 Es liebt so gut! Wie gesagt, es ist nicht schwer. Es ist einfach nur Scheiße. Das ist alles... Es ist nicht schwer, sondern einfach nur Scheiße. Boah, das hätten wir jetzt auch fast so in die Arsch kommen und gehen können. Oh Gott! Oh Gott! Nö. Also wenn ich die 10 Minuten erreiche, dann kriege ich den Fast Forward von mir. Boah, das wäre... fast wieder... Oh Gott! Nö, 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 nö! noch? Aua! Mist. Okay, weiter geht's. Weiter geht die wilde Tour. Ach Gott. Ja, nee. So will Aua! Ich hab Angst. Oh Gott. Oh Gott, bin ich am Arsch. Was bin ich? Am Arsch bin ich. Sag ich doch, was da... Okay. Dann hol ich mir halt so Leben wieder, auch gut. Wie, ich hier vielleicht auch irgendwann mal so einen Speicherpunkt da oben. Au! Au! Oh, ohne Witz, das brauchst du gar nicht mit zu wenig Leben versuchen. Aua! Aua! Geh einfach da hin! Und speichern? Nein, ich hab hier nichts. Aua! Aua! Geh einfach da hin, Kaka, ey! Nein! Aua! Geh einfach da hin. Bloß nicht hier. Kann man speichern. Ähm. Okay. Ja. Wo muss ich hin? Das ist die wichtigste Frage. Wo muss ich hin? Da unten kriege ich eine neue Fähigkeit. Nämlich Dashener. Die letzte Fähigkeit, Leute. Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nebel. Nier, stieg hoch in die Lüfte. Sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Aua. Ich glaube, jetzt kriege ich diesen Dash-Sprung, mit dem ich an die Energie-Zelle unten rankomme. Du hast den Supersprung erhalten. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du ZL gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgedrückt halten. Ah, okay. Nudön. Nudön. Test wird es immer. Nudön. Test wird es immer. Oh. Ja. Yes. Sehr cool. Halte während des Assos. Nudön. 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 Oh Gott, Aua. 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 Au Gott. Ich hab... Der Klassiker. Was ist, wenn's funktioniert? Au. Ich sag doch, was ist, wenn's funktioniert? Warte mal, wir müssen hier die nachholen, weil ich hab fast ein... Au. Danke. aber das ging fast auf die popo spitze drücken und dann warum schießen die so spät kann mir das irgendwer erklären aufladen gibt so und ihr dumm batzen fischer so läuft das hier nicht ich möchte immer mit voller ladung aggressiv bin ich denn völlig ein bisschen was wollen die von mir ich weiß es nicht genau das könnte das war glaube ich jetzt nicht so schlau sage ich doch das war nicht so schlau das fang ich schon wieder von hier an ah come on na ja da aber dankeschön ich musste noch nicht mal irgendwie gewalt anbinden dafür sehr schön ok au das sehe ich jetzt irgendwie maximal nicht ein stirb stirb gut so zack es war jetzt nicht so schlau ne naja egal wir hoffen einfach mal dass es jetzt gleich super flottig flottig geht aua aua nein aua ich glaube die wollten eigentlich von mir dass ich an der wand hängen bleibe und dann hier rüber springe da oh gott oh gott ori was machst du man weiß nicht was das tut man munkelt nein 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 was ist denn jetzt was warum kann ich nicht was irgendwas läuft hier gerade nicht richtig ich glaube ich hätte vielleicht doch die spende benutzen sollen ich weiß es einfach nicht eigentlich hilft das hier ich meine sie wollen dass man es exzessiv benutzt was ist mit der steuerung los was ist mit der steuerung los leute die steuerung macht was sie will er rollt sich auf einmal davon ab ohne grund ich verstehe das nicht also jetzt auf den letzten metern die steuerung auch noch zicken ist scheiße wenn ich ehrlich bin also das war nicht das ist wahnsinn das war das ist mir alles einerlei Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hier hin muss. Durch diese Tür dort vorne nehme ich mal an. Also weiter, immer weiter. Okay. Gut. Aber dann kann ich die Karte eventuell auch endlich erreichen. Oh Gott, nein. Ah. Du dämliche Spinner. Schön mein Leben wieder geholt. Ist ja schrecklich. Okay. Ich schätze mal, ich muss hier lang, ne? Weil was anderes macht ja Bastion. Oh, 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 oh. Keinen Sinn. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich bin mir gerade nicht sicher, was sie hier von mir wollen. Aber, das kann es ja auch nicht sein. Ah, okay, 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 okay. Okay, wo bin ich hier? Boah, wenn du einfach keinen Fall hast, wo du bist, weil alles so schrecklich ist, ne? Ähm, okay. Ah, hier bin ich. Ich muss aber weiter nach oben. Oh Gott, nein, 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 nein. Nee. Aua. Ah, okay, so gehe ich nach oben. Ich würde aber schon noch gerne mal einmal nach unten. Wenn ich ehrlich bin. Achso, okay, ja. Okay. Noch einen nach unten. Ähm. Out. Achso, er kann mich gar nicht treffen. Das war vielleicht jetzt doof, Leute, aber... Du bist die kleine Fackratze, weißt du das? Okay, ähm... Was ganz noch da unten? Oh Gott, nein. Ähm. Äh, 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 was? Nein! Okay. Nice! Du bist doch ein kleiner Scheißer, ey. Du bist so ein kleiner Scheißer. So, wo da oben? Irgendwo da oben ist das. Nee, irgendwie nicht. Kann ich denn auch von den Fischern aus einen Supersprung machen? Kann ich von hier aus denn? Frag mich nicht, warum ich mich immer ducke. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Wie? Sag mir nicht, ich bin völlig umsonst hier hingegangen. Nur um festzustellen, dass ich da halt voll nicht... Aua. Nee. Hm. Wie komme ich noch da oben hin? Kann ich einen Supersprung machen? Warum? Supersprung 11. Nein. Supersprung. Nein. Supersprung. 11. Nein. Nein. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Nee. Spür... ... und... Ich kann nur... Ich kann nur... Ich geht nur, wenn ich... Nee. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich mich da... da abfedern sollte, wenn ich ehrlich bin. Ich hab noch nirgendwo was hingesetzt, ne? Ja, so schon. Sind wir wieder ganz oben. Weil ich nicht so genau weiß, was die von mir wollen da unten mit der Karte. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann geht weiter hinauf. Immer weiter rauf. Rauf, rauf, rauf. Nach ganz da oben hin. Ich finde, wir sind weit gekommen. Wir sind wirklich weit gekommen. Und das sogar ohne die Karte zu sehen. Ja. Hab nen schönen Tag und haut rein. Wie es ist, sehr gut angekommen? Genau,이에요.